Was geht? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es gibt neue, sehr interessante Neuigkeiten aus dem Hause Canon, denn es wurde eine Canon R5 geleakt, eine Full Frame Kamera, die sogar in 8K Video aufnehmen soll. Was die im Detail können soll, das erfahrt ihr in diesem Video. Wenn euch so ein Video gefällt, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt mal in die Kommentare eure Meinung über die Canon R5 Leaks. Aber lasst uns jetzt beginnen. Die Neuigkeiten habe ich direkt von der Seite Canon Rumors und die Kamera soll am 13. Februar vorgestellt werden auf der CP+. Die Canon R5 soll quasi die große Canon R werden. Wie der Name 5 schon erahnen lässt, soll das quasi der Nachfolger von der legendären 5D-Reihe werden, womit eigentlich jeder professionelle Fotograf schon in Berührung gekommen ist. Die Canon R5 soll auch einen großen Fokus auf die Videografie legen, denn sie soll in 8K aufnehmen können. Das bezweifle ich gerade aktuell noch stark, aber die Rumors werden in diese Richtung wirklich stärker. Und ich habe das auf vielen verschiedenen Seiten gelesen. Aber nicht nur in 8K soll diese Kamera aufnehmen, sondern auch in 4K mit 120 FPS. Wahrscheinlich mit einem Crop, aber 4K in 60 FPS ohne Crop bzw. mit nur einem kleinen Crop von 1,25. Das heißt, dann wird ein bisschen in das Full-Frame-Bild von der Kamera reingezoomt. Dass ich das ausspreche, finde ich einfach nur wahnsinnig verrückt. Ich meine, ich filme hier gerade mit der Lumix S1H. Die kann 4K in 60 FPS intern aufnehmen mit einem Crop von 1,5. Aber dass das Ganze sogar in 120 FPS möglich sein soll intern, finde ich wirklich unglaublich. Ich meine, stellt euch einfach mal vor, was man damit für Aufnahmen machen kann, wenn man jetzt nicht nur in Full HD in 120 FPS filmen kann, sondern plötzlich auch in 4K. Dann hat man quasi immer eine kleine Kinokamera dabei, die ja nicht besonders groß sein soll. Denn der Formfaktor soll ähnlich sein wie zur jetzigen Canon R bzw. wahrscheinlich wird es eher eine Mischung aus Canon R und 1DX Mark II bzw. 1DX Mark III. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie sie letztendlich aussehen wird. Denn was den Formfaktor bestätigen würde, dass die Canon R5 ungefähr ähnlich groß ist wie die Canon R, ist, dass diese Kamera immer noch die Akkus aus der 5D Mark IV benutzen soll. Wahrscheinlich wird sie ein bisschen mehr Leistung haben, das heißt, man hat dann einfach eine längere Akkulaufzeit. Aber prinzipiell soll diese Kamera genau die gleichen Akkus bekommen. Und zum Beispiel eine Canon 1DX hat ja größere Akkus als die 5D Mark IV oder auch Canon R. Deswegen denke ich, dass eher das Gehäuse so groß sein soll wie die Canon R, was wirklich verrückt wäre, weil das könnte man immer mitnehmen. So easy, immer. Die Kamera soll zudem eine Sensorstabilisierung von 5 Steps bekommen. 4K 120 FPS plus Sensorstabilisierung, das würde einfach nur unglaublich ruhiges Footage ermöglichen. Und so wäre die Canon R5 wirklich ein perfektes Tool für jeden, der im Filmmaking-Bereich, aber auch im Kamerabereich oder Fotografie-Bereich wirklich sehr viel professionell macht, aber oft halt eine One-Man- oder Two-Man-Show ist, das heißt, oft alleine unterwegs ist oder mit nur einer kleineren Crew. So würde ich mich jetzt auch einfach mal bezeichnen. Also die Kamera spricht mich bis jetzt wirklich sehr an. Wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, was hat es denn für einen Vorteil, zum Beispiel für mich in 8K aufzunehmen, weil für YouTube kann ich das eh nicht verwenden oder es macht eigentlich prinzipiell noch nicht mal Sinn, in 4K hochzuladen. Wieso denn 8K? Und da kann ich euch prinzipiell eine sehr einfache Antwort geben, weil gerade in Zeiten von Social Media und ich zum Beispiel produziere extrem viel, egal jetzt ob für mich oder auch für Unternehmen, im Social Media Content-Bereich. Und da gibt es zum Beispiel Aufträge, die muss man nicht nur horizontal, sondern auch vertikal filmen und die Möglichkeit zu haben, dass man in 8K aufnimmt, dann noch reingroppen kann und zum Beispiel dann das Ganze auch auf Instagram als ganz normalen Story-Post zu posten oder auch als Instagram-Story ist einfach nur ein großer Vorteil, denn zudem könnte man dann auch mit einer Festbrennweite filmen und hätte direkt mehrere Möglichkeiten und könnte im Nachhinein noch reinsuchen. Der Sensor soll ein 45 Megapixel Full Frame Sensor sein, das sollte auf jeden Fall für jeden ausreichend sein. Ich denke mir aber nur, dass in 8K mit so einem Sensor auf jeden Fall die Lowlight Performance nicht die beste sein wird, was ich tatsächlich schade finde, aber trotzdem, wie gesagt, 8K extrem cool und dann noch 45 Megapixel, also mehr braucht man meiner Meinung nach für Aufträge auf keinen Fall, egal ob man Landschaft fotografiert, Produktfotografie oder einfach nur zum Beispiel Street. Eins kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen, wenn diese Kamera wirklich erscheint, sie soll im Juli dann letztendlich wirklich final auf den Markt kommen, wird auf jeden Fall eine Menge Content auf diesen Kanal hier dazu online kommen. Ich werde sie wirklich richtig krass testen, gerade was ich gesagt habe, für Content Creator, für Selbstständige, wie lohnt sich diese Kamera allgemein für Aufträge, rechnet sie sich überhaupt, weil man mehr verlangen kann, weil man dann zum Beispiel bei einem Auftrag plötzlich in 8K aufnehmen kann. Dieser ganze Content wird auf jeden Fall zu dieser Kamera folgen. Aber ansonsten war es das mit dieser kurzen News. Ihr könnt mir mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr so von dieser Kamera haltet. Und ansonsten war es das mit diesem Video. Es war mir wie immer eine Ehre. Macht's gut. Ciao.